Beim Welt-Hallo-Tag ist das Prinzip, dass man zehn Leuten, die man noch nie gesehen hat, einfach so Hallo sagt. Das mache ich jetzt einfach mal. Hi. Hi. Schön, euch zu sehen. Es steht jetzt am 21. November Welt-Hallo-Tag. Ich grüße natürlich unser Enkelkind, das ist gestern geboren und das ist natürlich ein dickes Hallo. Hallo Fantas, kommt bitte mal nach Ludwigsburg. Also wir meinen damit die Fantastischen Vier. Yeah. Ich sage meiner Schwester Hallo, die sehe ich nächste Woche. Auch um 21. Hallo Oma Karin, hallo Opa Jogi, hallo Onkel Stefan, hallo Tante Vera und hallo Onkel Andres. Ich würde meinen besten Kumpel kennen gerne Hallo sagen, weil der ist schon ewig nicht mehr bei mir gemeldet, seit drei Tagen. Und das geht mir auf den Piss. Danke. Hallo Frau Konrad. Seit wann seid ihr in Ludwigsburg? Seit zehn Minuten. Seit zehn Minuten. Und wir wissen noch nichts. Wir haben nur gesehen, dass es hier eine barocke Altstadt wird anscheinend, wo man sich die machen kann. Und wir haben auch noch eine Barocke. Ja. Ja. Ich sage Hallo zu Matthias Knecht und zum neuen O.B. in Ludwigsburg auf gute Taten in der Stadt. Auf canale Elke, Isabel, Natarvie und auch zusammen Nikin, Benjamin, Ileane und Yesnana ja und dann auch noch Cristian, Vilmas, Felix. Alles meine Engelchen, die ich habe. Ich habe acht Engel. Hallo, ich sage meine Oma Senta Hallo, die ich sehr schätze und die am gleichen Geburtstag hat gehandelt. Und die ich sehr mag. Wir sagen Hallo zu Chris in der Heimat, in Saxon. Und zu Anna, weil wir sie so ... und ... nee, noch mal vor. Wir wollen unsere beiden Freunde Chris und Anna aus unserer Heimat begrüßen und einfach mal Hallo sagen. Ich bin ich. Bei mir sind alle Menschen gleich, egal wo sie herkommen. Ich bin ich. Ich bin ich. Ich bin ich. Ich bin ich. Ich bin ich.